Ich hab direkt Aufnahme wieder gedrückt. Das ist schön, dass du gedrückt hast. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück. Jule hat jetzt auch auf die Aufnahme gedrückt. Ich hab zuerst gedrückt. Super. Hi. Ich werde nur gedisst. Die ganze Zeit werde ich nur gedisst. Also Jule hat endlich auch mal auf die Aufnahme gedrückt. Ja. Ist gar nicht wahr. Du fährst da rum, machst Saltos mit deinem Auto. Ich dachte, das wäre unser Auto. Ja, das ist ja das Schlimme da dran. Achso. Ja, aber das war zu geil. Ich wollte ja eigentlich nur den Bären rammen, aber das war der Hammer. Ja. Ah. Nice. So war es aber auch. Ja. Ja. Knapp 5000 Holz. Ist doch mal okay. 5000 Holz ist für den Anfang schon mal ziemlich gut. Ja. Finde ich auch. Oh. Noch alle. So. Okay. Dann sitzt die da dran. Das heißt, wir nehmen uns... Da muss mein Bohrer hin, da oben. Dann können wir den da wegmachen. Habe ich eigentlich noch Elektrozaunpfosten in der Tasche? Jo, ist nicht das Stück. Das ist gut. Dann nehmen wir uns da mal welche von. Der kommt so. Da ist er, der passt da so nicht rein. Der muss noch weg, der Block hier. Ist weg. Er hat zwei Eier auch für dich. Okay. Brauchst du jetzt hier irgendwie Material? Ich habe Pflastersteine, Holz und Stahl dabei. Ja, wenn, wenn, dann Stahl oder so. Ähm. Dann packe ich den gleich irgendwo da unten drauf. Okay. Ach, der schmitzt gar nichts mehr ein, sehe ich gerade. Okay. Okay. Das Essen ist, äh, fast aufgebraucht. Okay. Fast. So. Jetzt muss da noch einen Block drauf. Warum kriege ich das Ding da nochmal nachgebaut, ey? Hattest du, hattest du auch einen Schlagschrauber oder was ist das meine? Äh, ich habe eine lila Knarre. Ah, dann ist das mein Schlagschrauber. Okay. Der in der Einsortierenkiste ist. Okay. Okay. Das ist echt ein massiver Turm, das hier, ey. Naja, die hauen ja auch manchmal drauf ein. Ich finde das ganz gut. Ich überlege gerade, ob wir das hier noch brauchen. Oh, warte mal, ich glaube. Moment. Das sind eins, zwei. Eins, zwei. Ja, doch, wir brauchen den noch. Soll ich schon irgendwas vorbereiten, irgendwas setzen und aufwerten oder so? Oder bringt das nix? Ähm, in dem Fall wird es schwierig, weil ich mich selber, ich muss selber gucken, dass ich das hier so auf der anderen Seite nochmal nachgebaut kriege. Okay. Weil das so auf Eck steht, das Ding. Ja, alles gut. Ähm, das ist gar nicht so einfach, das nochmal genauso zu bauen. Oho. Okay. So. Obwohl, du kannst, wenn du willst, hier unten die drei Blöcke einmal rundherum legen und aufwerten. Das kannst du natürlich machen. Hm, naja, warte. Meine Nagelbüsse wurde gerade rausgepfeffert. Huch. Äh, da brauche ich noch Beton. Die unten hier. Genau. Die kannst du komplett auf Beton machen. Und dann ist es von der zwei so und von der zwei so. Und, achso, es kommt die. So, das hier dann auch noch mit Beton zu oder irgendwas? Ja, klar. Das muss auch noch zu. Das muss auch noch zu, dass da... So, das ist die untere Lage. Die kann man auf jeden Fall aufwerten. Die Türme hier sind mit Abstand am kompliziertesten. Soll ich hier zwischen auch einfach schon mal in der Lage hinlegen? Ja. Die kann auch schon hin. Einmal rundherum im Prinzip. So, ich gehe mal gerade gucken, was die Dartfallen machen. Tag 69. Also, könnte man noch schaffen. Ja, klar schaffen wir das. So, da sind zwei drin. Was fehlt mir denn da? Geschmiedetes Eisen brauche ich da? Haben wir nicht. Ich habe alles für Stahl momentan in Produktion, weil wir so viel Stahl brauchen. Und Eisen, wie gesagt, ist nicht mehr viel da. Ja gut, ich habe jetzt noch 500 Barren hier. Ich breche mal. Wenn du noch welche in der Tasche hast, ist das ja gut. Ich breche mal ein bisschen was ab. Wie viel brauche ich für eine Dartfalle? Ich brauche nur 40. Ich brauche also 100 Eisenbahnen oder so brauche ich. Machen wir mal hier 60 Stück. Hier haben wir 100 und da reicht es. Das ist natürlich jetzt erst warten, bis der Kram da fertig ist. Dann kann man schon mal eine machen. So, kann ich schon mal vor sich hinplänkern da. Ganz Skillpunkt. Sehr schön. Ähm, 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 ähm. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Setzen wir mal ein bisschen bei den Ausdauer rein. Gute Idee. So. Jetzt müssen wir jeweils einen Block verlängern. Das heißt so, so. Mist. Er ist halt richtig. Hier sind es zwei Blöcke. Oh. Richtig anstrengend, dieses Aufwerten. Ja. So. Dann kann man den schon im Prinzip so komplett kann man den schon so komplett machen. Dann kommt dann hier drüber die Dartfalle und da drüber die Dartfalle. Ich hoffe, das Kabel ist lang genug. Tja, und irgendwelche anderen, also kannst du nicht noch einen Generator oder sowas bauen dann? Ne, das ist nicht das Problem. Ich meine das Kabel zwischen den zwei Zaunpfosten. Hm. Aber ich denke schon. Ja. Passt. Passt. So. Okay, jetzt kommt das auf jeden Fall drauf. Ähm. Ähm. So, das sieht ja schon mal richtig aus. Wo ist die Dartfalle von eben. Da. Da ist auch noch so viel drin. Äh. Da ist der Ofen aus. Ja. Äh. Okay. So. So. Ich muss natürlich noch die Dartfallen anklemmen, ne? Ja, ohne Strom funktioniert's nicht. Ja. Das heißt, eigentlich müsste ich mir hier drauf den setzen. Kannst du mir noch vier Eisenklappen bauen? Äh, ja. Kann man die, die kann man ja so bauen, ne? Mit Eisen. Die kannst du, glaub ich, in nem Inventar craften, ja. Eisenklappe zwei, vier. Vier, 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 vier. Ja. Ist in o' Mache. Schraren. Okay. Die hat aber nicht gebrüllt, oder? Die hat nur so mal hallo gesagt. Die hat nur hallo gesagt. So, da hinten. Geht ein Arsch. Das ist hier an doch. Die hat gebrüllt. Ne, ist ne Horde. Mit Anzugstypi und ein Soldat. Soldaten. Fast nur Soldaten und Anzugstypi. Geil, die sehen alle gleich aus. Oh. Und hier hinten sind die Anzugstypi. Oh, daneben. Und hier hinten sind die Anzugstypi. mhm. Hm. So. Okay. Dann Kabel-Salat-Gerät. 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 Sehr schön. Oh. Was liegt denn da? Bestimmt wieder ein Pfeil vom Jones. Natürlich. Er ist wieder überall seinem Müll liegen. Ja, klar. Soll ich die Türme irgendwie noch aufwerten mit irgendwas oder I don't know. So viel Stahl haben wir jetzt nicht, dass wir die aufwerten können. Okay. Das ist das Problem. Klappen hätte ich für dich da. Ich mach mal grad was ausprobieren. Ich bin mal gespannt, ob das geht. Geht natürlich nicht. Na ja, klar. Ich setze die Klappen hier oben drauf. Äh, das kann sie machen, ja. Die hält nicht. Wegen dem Teil da unten drunter wahrscheinlich. Die ist auch rosa. Flackert. Ist nicht so schlimm. Setzt sie jetzt. Ja. Huch. So. Okay. Dann ist... Das könnte man so machen. Ach, nur da ist so ein Teil drin. Ah, okay. Wie, nur da ist so ein Teil drin. Ja, hier ist keine Luke. Ich wollte hier auch eine Klappe setzen. Nee, die hab ich vergessen. Die hab ich noch nicht gemacht. Soll ich hier was bohren? Äh, ja. Einfach da, wo es da auch ist. Das ist ja hier. Oder? Das ist genau an der Ecke. Genau diagonal von der Ecke einen Block nach innen. So. Alle. Komfort. Das würdest du genau in die Ecke reinbohren. In die Ecke. Ja, so sieht's aus. Na ja. Ja. Genau so boh ich auch. Ja. Sips. So. Wie auf der anderen Seite auch. Interessant. So. Was denn? Na, weil er mit dem Bohrer so aussieht. Die Bohrerspitze ist irgendwo so hier so, als würde sie hier in die Luft bohren. Nee, das ist alles so geplant. Und. Ja. 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 Hier mal ein Gitter. Achso, du musst erst auch knipseln. Hoch! Ich hab noch eine dabei. Na klasse. Seine ist eine Fake-Klappe, vielleicht fallen die Zaubmüßchen drauf rein. Irgendwann gehen die weite Klappe runter und sagen, oh guck mal, die sind voll doof, die haben die Klappe hingesetzt, obwohl hier gar kein Gang ist. Ja. Ja. Und dahinter stehen zwei Zombies, braucht ihr noch eine Taschenlampe in dem dunklen Gang? Genau, braucht ihr noch eine Taschenlampe? Oh, das ist aber jetzt doof. Egal. Egal. Cool. So. das kann man auf jeden fall setzen das können wir auch aufwerten der hier muss noch draußen bleiben meistens passiert den elektrozäunen aber gar nichts meistens ist es kein thema okay okay dann gehe ich mal gerade noch mal hoch gucken ob ich mir jetzt noch dartfallen bauen kann und dann aber die beiden türme sind jetzt erst mal soweit fertig ja kommen ja noch zwei türme hin das war eigentlich meine frage ja die sind soweit fertig genau die müssen nur noch dann verkabelt werden also die haben ja auch kein strom da müssen unten muss noch ein generator hin unten müssen noch kabelverschaltungen hin das ganze muss noch verdrahtet werden und so weiter da kann ich irgendwas bauen da kannst du generator bauen gute frage ja glaube wir haben aber auch gar nicht mehr genügend motoren aber wir brauchen auch nicht so viele motoren dafür und generator brauchst du keine motoren im generator müssen sechs motoren rein wir haben keine motoren mehr ach so ja okay ich könnte mal losfahren ein paar autos kaputt machen ja aber ich kann ja ein generator schon mal bauen dann kannst du schon mal bauen hast du alle teile einstecken zufällig mechanische und elektrische wie viele generatoren brauchst du denn ich würde mal sagen einen solch mal zwei bauen lieber achte mal was ja nix ich weiß nicht wie viel strom so eine dartfalle braucht und so ein elektro zorn braucht glaube ich fünf watt pro forsten das ist nicht viel weiß aber nicht ob man acht dartfallen damit versorgt kriegt ich denke schon aber selbst wenn wir das nicht fertig kriegen ist das jetzt auch nicht so schlimm kriegen wir schon irgendwie hin okay das war jetzt eine das heißt mir fehlen noch drei dort fallen und dafür fehlt mir das geschmiedete eisen das habe ich hier und den stahl sind acht minuten dann machen wir hier zwei und hier machen wir eine bei einsortieren wäre dann noch holz drin falls du was brauchst und dein einer pfeil und hier nimm mal die klappen noch mitte mit dann die sich jetzt erstmal los und ach so warte ich brauche mein werkzeug da ist mein werkzeug dann düse ich jetzt mal los und suche mal ein paar autos mach mal und ich guck mal ob ich hier ach ja und irgendwie hat er gesagt ähm den schubs sie kann jeder aufnehmen oder kann man immer aufnehmen auch wenn kein gebiet schutzblock gesetzt ist ich glaube jones hat das einfach nicht probiert bisher äh ja hat sich nicht so ergeben ähm also ich kann ihn jedenfalls nicht aufnehmen schubs sie kannst du nicht aufheben wenn kein gebiet schutzblock gesetzt ist das quatsch wie gesagt ich kannst du nur so sagen was da stand ja ich weiß ich habe den kommentar gelesen aber einen schubsturm kannst du nicht aufheben einen robotik geschützturm kannst du nicht aufheben äh ne den schubs sie ja ist ein robotik hammer einen robotik hammer kannst du nicht aufheben wenn der außerhalb von dem gebiet schutzblock sitzt jetzt hier ein geier was wieso da ein geier ist wahrscheinlich weil die schreitante hier gerade rum gebrüllt hat achso schlecht er flog rück links auf die mauer ja eine batterie habe ich gefunden aber kein motor ja findest du schon so jetzt muss ich nochmal gucken äh wir sind jeweils ein block nach innen also da 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 ist denn in der wüste sind ja nicht mehr fahrzeuge da musst du ausprobieren ich glaube schon keine ahnung da stehen über ein paar mehr also gehäufter als jetzt hier im grünen gebiet auf straßen und wir haben hier ringsrum schon viel abgebaut ich fahr mal richtung wüste ja mach mal natürlich ein bisschen mehr flatter zeug unterwegs aber eh schon ja da kriegst du schon weg das zeug ja ich denke auch hä lol okay also jeder der dem jeder der jetzt diesen angeblichen baumstumpf gesehen hat der war eben gerade nicht da voll gegen voll gegen gebrettert ich hab den null gesehen null schweinerei war ja ich fahr sonst so gut und vorsichtig ich jetzt versuche ich es so außen kann ich auf jeden fall schon mal einmal so drauf ne so das heißt wir stellen ich muss das echt ausprobieren ey kann mir das zum verrecken nicht richtig merken ne wenn wir den so machen dann müssen wir den hier so machen und dann funktioniert das wieder so dann setzen wir da die dartfalle drauf und da die autos sind leider zu kaputt obwohl das da hinten du brauchst nur autos auseinander zu schrauben die man looten kann ja alles andere lohnt sich nicht bisschen benzin kriegt man halt aber ja aber kriegst keinen motor raus ne ich ja ach ein holzknippel ey spiel ernsthaft ernsthaft ach komm ey komm schon so dann ähm warte nein holen wir nochmal ne dartfalle irgendwo her ich hoffe jetzt ist schon eine fertig wow oh oh gott das auto oh mein gott oh die nächste ist auch schon fertig geil das ist ja perfekt und die ist auch fertig und die generatoren sind auch fertig motor motor ja gut das war sein kopf das finde ja 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 was ja ich hab die dartfalle 25 mal gedreht und die war zwischendurch schon dreimal richtig und ich hab trotzdem weiter gedreht so du liebst es halt was zu drehen ja du riechst gerne am rad also an der dartpfeile pfeile pfeile mhm wir kennen sie nicht die dartpfeile das war am besten mal mehr nach südwesten glaube ich ach hier ist auch ein dash ein dash so ich hoffe schon mal zwei blätten für den jones ja du hast auch die ganze zeit kopfweh grad ich kann nix dafür ich weiß nicht wieso aprilwetter ja ja erdbeerwoche kackes scheiß dings ey wer hat sowas erfunden deine super gesunde ernährung das ist aber ich muss sagen damit fühle ich mich wirklich gut ich fühle mich sonst eher so matt und ein bisschen schläfrig fühle mich wirklich deutlich besser ich finde super gesunde zu ernähren hat nicht unbedingt Auswirkungen auf den kopf kann ja sein dass es so ein bisschen da rein spielt aber nicht so krass hm hab ich noch eine elektro kabel verschaltung bitte komm als ob die einfach so random sporen und sagt na klar jones guck mal hier bin ich tadaa ich will die auch noch da oben bauen gehen hab ich echt keine mehr in der tasche ah verdammte scheiße so mit fehlenglitzerstäubchen so kommt die in dein inventar und sagt schön ich krieg gleich von mir fehlen glitzerstaub ja warte das ist doch so die elektro kabel verschaltung wenigstens gehen die schnell in der zeit kann ich penne eintopf essen und smoothie trinken bam geile mischung gib mir bitte heile autos ich brauche heile autos ach man kapata obwohl den kann ich looten hm stahlwerkzeugteile gut säure naja wir haben so viel säure wir können den ganzen planeten weg ätzen ne wieso machen wir das einfach und kippen das über die zombies ey ja aber echt die geilste falle und variante das hat bestimmt noch keine sauer versucht weißt du und wir horten das zeug ja eigentlich müssten wir wie so ein graben aus säure bauen dann müssen die da durch und lösen sich einfach auf und kommen bloß noch als stumpen da raus die würden ja trotzdem noch leben ja aber dann hätten sie nur die hälfte der hp weil sie sind ja nur noch halb so groß es sind ja nur stumpen mhm ja so die theorie ja naja aber es könnte ja es könnte ja mal funktionieren ja ach man so was ist das denn selbstgebauter äh schlagstock ach komm mal die hütte voll ist schon wieder soweit es ist leider schon wieder soweit ich hab ja nicht geschafft ich hab aber einen motor gefunden und zwei batterien fuck ja liebe leute vielen 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 lieben dank fürs zuschauen genau vielen vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann hier in der nächsten folge nochmal wieder auf jeden dann müssen wir hier am zombie hexler noch ein bisschen weiter bauen ja und wird auf jeden fall noch spannend werden ja ja wird schon okay alles klar vielen vielen dank fürs zuschauen machts gut bis denn tschüss 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 tschüss